Welcome back to the Flight Deck. Der Concept Sale von der Terrapin von Anvil ist gestartet, wurde vorgestellt am Rande des CIG Events in Köln bei der Gamescom und natürlich gibt es auch hierzu die Q&As, die Fragen und Antworten vom Designer. Genau, beziehungsweise in den Folgen von RSI wurden wieder Fragen gestellt und die haben die Jungs von RSI dann halt zusammengetragen und dann auch beantwortet und tatsächlich Todd Peppy, halt so der Lead Designer oder Chef Designer, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, hat sich selber hingesetzt und hat die Sachen beantwortet, ist ziemlich umfangreich ausgefallen, wir haben versucht es halt ein bisschen einzukürzen und halt, sagen wir mal, inhaltlich halt so treu zu übersetzen, ohne das jetzt halt eben zu weit ausufern zu lassen. Und deswegen beginnen wir auch direkt mit der ersten Frage. Ist die Terrapin in irgendeiner Weise modular? Kann der zentrale Sitz entfernt werden, um Platz für Fracht oder andere Module zu schaffen? Nein, ist sie nicht. Tatsächlich ist es so, dass dieser Sitz fest verankert ist mit dieser sogenannten Utility, mit dem sogenannten Utility Mount, also da wo die Sensorschlüssel drauf sitzt oder die Antenne dran befestigt ist, das heißt, das geht nicht. Und ja, sie ist als militärisches und widerstandsfähiges Exploration- und Aufklärungsschiff gedacht und das wird ihre hauptsächliche Aufgabe sein, nämlich Daten sammeln. Soviel schon mal dazu. Unter diesem Oberpunkt wird das komplette Q&A nämlich laufen, aber ihr werdet ja schon merken, was ich meine. Deswegen geht es direkt weiter. Welche Art der Signatur wird das Schiff abgeben oder wie groß wird die sein? Tja, die Terrapin hat tatsächlich eine mittelgroße oder eine mittlere Schiffskomponente verbaut an Bord. In einem kleinen Schiff wohlgemerkt. Genau, in einem kleinen Schiff. Das bedeutet, da potenziert sich sozusagen diese Abwärme oder auch die Signatur, die erzeugt wird. Und das ist tatsächlich ein Problem. Dadurch ist sie dann relativ gut zu sehen. Da hat sie noch eine Technik, um diese Hitze abzubauen. Da kann sie diese Retractive Armor-Platten oder diese beweglichen Armor-Platten hochfahren, um Abwärme abzustrahlen. Dann kann man sich quasi wieder verdunkeln und ist dann eine Zeit lang nicht ganz so einfach zu sehen. Also zumindest halt so auf der ER-Seite. Natürlich, wenn du die fetten Scanner anschmeißt, dann bist du halt ein Leuchtfeuer. Aber da haben wir halt auch schon mal ein Showcase zur E-War-Mechanik gemacht. Da könnt ihr dann nochmal reingucken. Das ist dann jetzt hier so die Infocard draufdrücken. Dann geht es direkt dahin. Und dementsprechend geht es auch direkt weiter mit der nächsten Frage. Hat sie denn einen Schleudersitz oder einen Escape-Port? Die Leute vor dem Fenster schreien schon wieder. Es geht weiter. Ups. Nein, hat sie nicht. Tatsächlich wird die Crew im Notfall durch die Seitenluke aussteigen müssen. Bei Schleudersitzen ist es so, dass wir da einen weichen Bereich in der Panzerung bräuchten, durch den der Sitz geschossen wird. Und das löst man bei Jägern dann mit einem Canopy, also mit einer Koppeltaube, die wegfliegt. Das geht nicht. Deswegen haben wir hier weder Escape-Port, noch haben wir andere Schwachstellen in der Panzerung. Die Leute müssen durch die Luke raus. Genau. Also halt eben aus dem Sitz aufgestanden, Treppe runter und zur Tür raus. Das ist deine Escape-Route. Schön merken, sonst wird es nämlich ganz schnell heiß. So, nächste Frage. Wie steckt sich die Therapien im Vergleich zur Freelancer-Dur? Oder wie halt so vergleichbar sind die beiden Schiffe eigentlich? Tja, man muss sich das so vorstellen. Die Therapien ist tatsächlich dafür gebaut, um alleine in den Weiten des Raumes für alle Gefahren gewappnet zu sein. Das ist sozusagen der Zweck dafür. Deswegen ist es so eine hart gepanzerte Schildkröte. Und da ist es dann so, dass wir tatsächlich dann die Flottenbewegungen beobachten sollen mit der Therapien. Das ist ein Fernaufklärer. Es geht darum, jetzt nicht, sag ich mal, Objekte zu scannen und einzusammeln, sondern es geht darum, gegnerische Flotten zu beobachten und Daten zu sammeln. Oder zum Beispiel halt Truppen abzusetzen und wieder aufzunehmen. Sie sollen nämlich halt ein Makeshift-Troop-Transporter sein, also quasi ein behelfsmäßiger Troop-Transporter, auch wenn sie dafür eigentlich nicht gedacht war. Aber ihre Panzerung macht sie halt eben dafür sehr geeignet. Oder auch als Search-and-Rescue-Schiff. Das ist so ein bisschen, die UE hat sich gedacht, das Schiff ist so praktisch. Und das Feature nutzen wir einfach mit. Genau. Auch wenn der Zweck nicht so gedacht war. So, die benutzen wir halt für alles, was uns gerade halt eben so einfällt und wo man halt ein bisschen was aushalten muss. Finde ich aber auch eine ziemlich gute Idee. Ja, ist halt eben pragmatisch, wie das Militär halt so ist. Nächste Frage. Was wird denn die Reichweite der Therapien sein? Oder wie groß wird die denn sein? Tja, sehr große Reichweite. Tatsächlich hat sie erweiterte Wasserstofftanks als auch viel Treibstoff für den Quantum Drive. Dazu kommt noch, dass wir tatsächlich einfach ausgelegt sind, um die Tiefen des Verses zu erkunden. Genau, wie das mit so Fernaufklärern halt so ist, die können halt ganz weit fliegen. So weit, so logisch. Sonst wäre es ja auch kein Fernaufklärer. Das ist voll wahr. Sonst wäre es ein Fernaufklärer und das wären nicht die Therapien. Nächste Frage. Kann die Therapien, wie ihm konzeptiell vorgestellt, Fracht transportieren? Wenn ja, wie viele SCU hat sie denn? Das ist wieder so eine Lieblingsfrage natürlich. Nein, es geht nicht. Es gibt keinen offiziellen Raum für Frachtkapazität. Es gibt auch keinen Laderaum im eigentlichen Sinne. Natürlich kann man Sachen einsammeln und die stopft man irgendwo ins Bett oder hinter das Bett, neben das Bett, neben den Stuhl. Aber tatsächlich ist es nicht so gedacht, dass wir jetzt hier Ladebuchten haben, wo die Fracht verankert wird. Das heißt, Frachttransport kann mit dem Schiff auch relativ gefährlich ausfallen. Genau. Um es nochmal kurz runterzubrechen, halt so ein Schiff beinhaltet ja auch nativ immer einen Hohlraum, ja, wo man drin rumlaufen kann. Dann kannst du mit Grabbyhands deinen Scheiß irgendwo hinschmeißen. Der fliegt dann aber möglicherweise auch durch die Gegend. Man kann natürlich auch einen Airwag als Truppentransporter nutzen. Die Frage ist, ist das sinnvoll? Toll. Also Antwort wäre auch hier, nein. Nebensprechend nächste Frage. Wie manövrierbar wird dieses Schiff im Raum bzw. in der Atmosphäre sein? Tja, sie ist sehr schwer, sie ist langsam und vor allem in der Beschleunigung wird sie halt auch erstmal langsam beschleunigen. Das heißt, da wissen wir jetzt schon, okay, im Fighter-Maßstab wird sich das Ding nicht bewegen. Dazu kommt noch, dass das Schiff gerade im Wenden schwerfällig sein wird und auch in der Atmosphäre große Probleme hat. Es geht darum, mit dem Schiff, wenn man jetzt in den Kampf gerät, eine richtige Flucht-Taktik zu finden. Das heißt, wir stellen fest, wir haben einen Aufklärer. Was kann der Aufklärer aufklären? Das heißt, wir werden jetzt nicht die Situation so weit kommen lassen, dass wir in ein Gefecht geraten, sondern wir nutzen unsere Fernaufklärung, um im Vorfeld schon dem Gegner aus dem Weg zu gehen. Genau, ich sehe den halt eben ankommen und dann sollte ich mich möglichst befleißigen, halt nicht in einer geraden Linie halt vor dem Zerstörer wegzufliegen, damit er halt eben schön seine Kanonen einschwenken kann, um mir dann halt sein komplettes Arsenal hinterher zu schießen, sondern ich werde halt eben auch da die Aufklärung meiner, ähm, mein Wissen um die Umgebung benutzen und Asteroidenfelder oder halt eben Mond oder ähnliches benutzen, um halt eben Gegenstände oder Objekte zwischen mich und meinen Gegner zu bringen und halt mich halt irgendwie in den Schatten des Mondes zu begeben und irgendwie halt so zu entkommen. Also nicht halt einfach in gerader Linie davonrennen, das ist immer ganz schlecht, wenn jemand auf dich schießt. Ja, es ist auch davon auszugehen, dass die Scanner-Reichweite tatsächlich überlegen ist anderen Schiffen, das heißt, man hat dann wahrscheinlich ein Zeitfenster, um einfach eine Route zu wählen, die einen drumherum bringt. Ganz wichtig an dem Punkt ist noch, was die fliegerischen Eigenschaften angeht, äh, tja, Atmosphärenflug, kann man sich gut vorstellen, wird bestimmt kein Traum werden und es wurde auch gesagt, wenn jetzt ein Sturm auf dem Planeten herrscht, kann es auch sein, dass man lieber einfach landet und den Sturm abwettert. Hm, ja, das heißt halt, sie hat die Segeleigenschaften eines Backsteins. Wahrscheinlich, ja. Also Gleitflug mit ausgefallenen Triebwerken würde ich nicht empfehlen. Ja gut, das ist halt eben ein Panzer in Space, das wird zu erwarten. So, nächste Frage. Hat die Therapie in irgendwelche Andockvorrichtungen für Schiffe oder Stationen? Tja, nein, hat sie nicht. Tatsächlich, es gibt keine Andockvorrichtungen, die Leute werden tatsächlich über die Schleuse raus müssen. Äh, ist wahrscheinlich auch wieder geschuldet, äh, weil es ein Tank ist. Ja, jede Schleuse, die man einbaut, ist vielleicht eine Schwachstelle, kann ich mir so vorstellen vom Design. Ja, beziehungsweise Aufklärer docken in der Regel halt echt selten, sondern halt, die fliegen von der Basis los, klären auf, pesen so ein bisschen durch die Gegend, kommen dann irgendwann wieder nach Hause und landen dann auch wieder. Und springen erst mal in die Dusche. Genau, also möglichst das, ja. Aber apropos Dusche, hat die Therapie in einem Bett? Ja, sie hat ein Bett, äh, für lange Missionen ist ja ein Fernaufklärer. Man kann mit diesem Schiff tatsächlich, oder der Pilot kann Tage bis Monate unterwegs sein, äh, bevor er einen Hafen ansteuert. Und, äh, das sieht man auch schon in einer der Querschnittsgrafiken, äh, sieht man auch schon, dass das Bett ganz hinten in der hinteren, äh, linken Ecke sozusagen, sieht man dieses kleine Bett. Genau, so, nächste Frage, äh, und letzte Frage halt eben aus dem Part 1 Q&A. Was wird denn aus der Scanning-Ausrüstung noch an die Utility-Hardpoints dran passen? So Abbaulaser, Bergungsarme, zusätzliche Waffen, äh, Frachtkompartment, Schleudersitz oder, äh, weiß ich nicht, Vergnügungspark? Tja, das ist tatsächlich, äh, so, dass diese Utility-Points für Utility-Equipment gedacht ist. Sprich, äh, für Sonderausrüstung, Mehrzweck-Ausrüstung. Das heißt, wir können jetzt hier keine Waffen ranbauen. Und, äh, es ist auch so, dass, äh, man davon ausgeht, oder dass, das bei CRG davon ausgegangen wird, dass jetzt mit weiteren zivilen Schiffen, mit weiteren Schiffen, mit Unterstützungsrollen, auch weiteres Sonderequipment, nenne ich es jetzt mal, folgen wird, was man dann auch raufmontieren kann. Genau, aber halt, äh, merke wohl auf, halt so, das wird keine Gatling-Gun. Sein oder ähnliches, sondern es werden halt höchstwahrscheinlich noch weitere Scanning-Arrays oder E-War-Technologie sein, weil das passt halt irgendwo schon zu einem Aufklärer. Gerade E-War könnte da echt so, äh, ja, Equipment sein, was da sehr wichtig ist. Aber, natürlich reiße ich die Radarschüsseln ab, werde ich auch diese Scanner-Reichweite verlieren. Logischerweise. Dementsprechend kommen wir zum zweiten Teil des Q&As und das ist immer halt so mein ganz besonderer Liebling, weil da halt, ähm, man kann es nennen halt A Blast from the Past oder hast du nicht so richtig zugehört letztes Mal oder wer hat dir denn ins Gehirn geschissen? Und es ist noch länger geworden, also ein bisschen Geduld. Die Antworten sind wirklich sehr detailliert gewesen. Äh, seht uns nach, wenn wir ab und zu auf den Bildschirm schauen müssen, weil es ist wirklich viel. Es ist wirklich nicht so wenig, genau. Und zwar halt so, wir fangen natürlich an mit, äh, der ersten Frage. Wie wird das Gameplay der Therapin sein? Und Todd Peppy hat da jetzt wirklich sehr ausführlich geantwortet. Tja, tatsächlich, die Therapin ist ein UEE-Schiff oder für die UEE entwickelt worden als dedizierter Aufklärungsschiff. Es soll da eingesetzt werden zur Überwachung vom Raum, für Patrouillenflüge, dort wo man jetzt Kapitalschiffe nicht erwarten kann, die man einsetzen kann, dort wo keine Flugstaffeln sind, da wo im Outback eine Patrouille geflogen werden muss. Dafür ist das Ding entwickelt. Exakto. Und, äh, daher ist halt auch die zivile Nutzung halt so der Therapien dann nachher halt eben beim normalen Spieler definitiv die Datenakquise. Also die kann man halt eben auch unter gefährlichen Umständen durchführen und diese Daten dann halt eben später verkaufen. Tja, und jetzt haben wir hier mit diesen Langstrecken-Sensoren des Schiffes auch eine Unterscheidung zur, äh, Freelancer-Dur. Bei der Freelancer-Dur geht es wirklich darum, um jetzt zum Beispiel Salvaging-Items zu finden, die einzuladen, die gut zu verstauen. Hier ist es so, äh, dass es gar nicht um die physikalische Beute geht, sondern es geht wirklich um das Sammeln der, der Daten und das Auswerten der Daten. Intelligence, Intelligence, Intelligence. Also es geht halt eben darum, Systeme halt eben zu scannen und halt eben, weiß der Teufel, zu finden, was da drin halt eben rumsteht. Halt so die Unown der Systeme zu sehen, Flottenverbände aufzuklären, ähnliches. Oder halt eben auch vielleicht halt Jump-Points zu finden, Planeten zu finden, halt so, äh, Erzabladerungen zu finden. Sowas alles wird man halt eben so mitmachen können. Also irgendwelche Verstecke von Leuten, alles das kann man damit aufklären. Genau. Es geht aber auch noch weiter. Und zwar kann die Therapie ja, wie schon oben erwähnt, als Makeshift-Troop-Transporter oder halt eben als Behelfsmaker-Troop-Transporter oder Search-and-Rescue-Vessel oder Extraction-Transporter benutzt werden, aufgrund der harten Panzerung. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingspunkt. Es wird gerade geprüft, ob man nicht dieses Equipment von der, äh, von der Therapie auswechseln kann und das Ganze nochmal, das Ganze nochmal verschärfen kann, indem man daraus eine Art AWAC macht oder eine Art Command-and-Control-Schiff, was wirklich dann eine Führungsrolle übernehmen kann, was Kommunikation, gerade für Fighter-Verbände, ähm, das wird jetzt die Leute von uns wahnsinnig freuen. Also es geht wirklich darum, dass wir hier ein Schiff haben, was, äh, Command-and-Control ausführen soll und dann halt auch dementsprechend Fighter-Verbände führen soll. Ein fliegender Kommandoposten, der halt eben Informationen aufnimmt, weiter relayt und halt eben auch selber halt, äh, sammeln kann. Daten auswerten, Funken, alles das soll möglich sein. Äh, vielleicht nochmal Verweis, Battlestar Galactica, die Raptor, die da immer mitfliegt in der Serie, das wäre vielleicht das Beispiel. Gut, okay, habe ich jetzt nicht gesehen, aber da bist du der Chef auf jeden Fall. Ähm, dazu wäre noch zu sagen, dass die Signatur der Therapien im aktiven Scanning-Modus mit aktiven Schilden natürlich beträchtlich sein wird. Das heißt, sie ist dann wirklich ein Leuchtfeuer, was halt von Weitem gesehen werden kann. Allerdings ist es halt eben auch so, dass man halt eben, äh, wie halt im Gameplay vorgesehen, verschiedene Komponenten halt für bestimmte Zwecke an- und ausschalten kann. Also halt man, es gibt ja in den Scannern einen aktiven und passiven Modus, also nur horchen oder halt eben wie ein Echolot ausstoßen, halt eben horchen, was zurückkommt. Dann kann man die Schilder an- und abschalten, man kann den Powerplantoren drunter regeln, je nachdem, wie viel Energie gebraucht wird. Und damit seine Signatur halt ganz, ganz, äh, stark verkleinern, um halt eben diese überlegenen Scanner zu benutzen. Einfach nur, um sich rumzuhorchen und andere aufzuklären, ohne selber gesehen zu werden. Und ich denke, dieser Verweis, äh, im Bereich Command & Control und E-War, ja, und im Bereich Signatur, das sind natürlich alles Punkte, die man jetzt bei einer Freelancer-Dur nicht finden würde. Definitiv nicht, nein, weil die ist halt eben auch ein Dienstfest-Exploration-Vessel, aber bei der geht es halt eben darum, halt eben Krempel zu finden und einzupacken. Die, äh, Terrapin halt so sammelt halt und packt halt Daten ein. Sehr kostbare. Genau. Und halt, äh, ihr schwerer Panzer wird ihr bei Überraschungsangriffen, falls doch aufgeklärt werden sollte, halt eben auf jeden Fall, ähm, helfen, den Schaden überschaubar zu halten. Ähm, nächste Frage. Es wurde ja in Part 1 gesagt, dass die Flucht für die Terrapin ratsamer ist als offene Auseinandersetzung. Was bedeutet das genau? Tja. Ja, das ist jetzt halt, äh... Das war ja auch sehr doppeldeutig beantwortet. Ja, tierisch. Ich denke mir auch immer halt so irgendwie, naja, man könnte vielleicht einfach das Packung, Part 1, Q und A dann halt nochmal richtig lesen. Äh, egal. Wir wollen jetzt gar nicht bösartig sein. Wir machen mal ganz einfach, ne? Also es ist ein Fernaufklärer, er kann, äh, quasi fernaufklären. Und dieses Fernaufklären dient dazu, dass man Schiffe fernaufklärt, wodurch man Schiffen dann ausweichen kann, die einen dann nicht entdecken. Weil man sehr fernaufklärt hat. Das bedeutet, da ist halt ganz viel Abspann und ich sehe halt schon, ah, da kommt einer, gut, ich gehe jetzt mal weg. Und das ist die Strategie. Genau. Dementsprechend halt so, du hast halt eben nicht sonderlich viel Bewaffnung an der Kiste, du hast zwar einen harten Panzer, aber auch der geht mit der Zeit kaputt, wenn oft genug drauf geschossen wird. Und der ist auch nur dazu da, um Zeit zu gewinnen. So, genau. Da sollte sich nämlich halt einfach durch halt, äh, eine Rückzugstaktik oder Fluchttaktik halt schnell halt eben verpissen können. Und das haben wir vorhin oben schon mal erklärt. Genau. Wie das dann funktioniert. Dementsprechend halt so im Zweikampf wird die Therapien schlechte Karten haben. Dementsprechend halt so, legt euch nicht mit Fightern an. Sie ist nämlich keiner. So, nächste Frage. Was genau haben wir gesagt, dass High Grade in der Beschreibung über die Schilde der Therapien? Das ist wirklich eine extrem spannende Antwort jetzt, äh, weil dieses Schild in einer Größenklasse überdimensioniert ist im Verhältnis zur Therapien. Wir haben hier ein Schild, was in einem, von der Baugröße quasi in einen Fighter-Maßstab reingebaut wird in ein Schiff, aber Qualitäten besitzt wie ein Schild, was man von einer Freelancer kennen würde oder man es auch von einer Constellation kennen würde. Das heißt, wir werden da wirklich ein sehr, sehr massives Schild haben, was uns vor Beschuss schützt. Und dazu kommt dann noch ein sehr, sehr leistungsstarker Reaktor, der... Den ich dafür brauche, logischerweise, um so ein Schild betreiben zu können. So, nochmal, selbst das ist nur dazu da, um Zeit zu gewinnen, um halt eben so einen Onslaught abwehren zu können und sich dann immer noch halt zurückziehen zu können, ohne zu sterben. Und nicht, äh, um halt irgendwelche komischen Experimente zu starten, wie halt Therapien vs. 12 Hornets. Keine geile Idee. So, nächste Frage. Ähm, welche Bewachung ist denn zu erwarten? Tja, wir haben hier an der Schnauze diesen Schnauzenturm, nenne ich ihn jetzt mal, äh, der hat einen Hardpoint Size 5, aber das System... Das alte Turmsystem, das man einen Size-Punkt verliert für den beweglichen, ja, für die Möglichkeit, einen Turm zu bewegen, dann jeweils nochmal die 2 für die Waffen, die dranhängen, also das sind dann 4, 5. Äh, dieses System ist obsolet geworden, das Ausrechnen. Und sie sagen ganz klar, dieser Turm-Hardpoint Größe 5 wird nicht, äh, es möglich machen, dass man eine Waffe Size 5 ranhängt. Stattdessen hat man Twinlinked, zwei Waffen der Größe 2. Also so ähnlich wie der Counter-Trip bei der Hornet oder halt eben der kleine Mini-Color halt eben bei der Mustang Delta. Sowas in der Art wird es werden, also eine Aufhängung, schwenkbar für zwei Size 2-Waffen, die wird es definitiv geben, aber Size 5 ist halt nicht. Das wird aber nachgereicht, wenn sie halt eben mit der Klassifizierung durch sind. So, des Weiteren überlegen sie allerdings, diesem Schiff alternative Waffensysteme zu verpassen, die halt eben zum Profil dieses Schiffes passen. Das bedeutet wahrscheinlich E-Y-Equipment, halt so Search-and-Rescue irgendwie, ähm, Zeug, Störsysteme oder Point-Defense-Systeme. Tja, da wurde nämlich auch gesagt, dass die Schlagkraft des Schiffes gar nicht so schwach sein soll und da wird aber gerade noch überlegt, wie man das halt dann umsetzen kann. Genau, weil ein großer Reaktor halt mit zwei kleinen Waffen gepaart kann trotzdem ganz schön zerstörerisch sein, weil ja viel mehr Energie zur Verfügung steht, um halt eben die Abwärme abzutransportieren. Oder von mir aus die Kadenz hochzuschrauben, weiß der Teufel, was sich da einfallen lassen. Also da können wir gespannt sein, wie genau sich das Design-Team da jetzt halt noch austoben wird. Nächste Frage, für welche Exploration-Rollen eignet sich denn die Terra-Pin? Jetzt habe ich auch schon wieder das Gefühl, ein Déjà-vu zu erleben. Das ist schon wieder halt so Back to the Future oder Back to the Past. Das haben wir doch alles schon gehabt. So, nochmal, es geht bei Exploration nicht nur um das Bergen von Gegenständen. Die Terra-Pin ist halt besser, darin Information zu haben, weil sie dicke, fette, große Scanner hat. Sie kann aufzeichnen und weitergeben oder bestimmte Orte finden, Systeme aufklären, bestimmte Strukturen wie halt eben, weiß ich nicht, halt so Mining-Kolonien. Zum Beispiel Grimhacks wäre so ein Stichwort eventuell. Verlassene Raumstationen, vielleicht mal so ein Hinweis. Das wäre auch eine Möglichkeit. Vielleicht findet man dann irgendwie eine verlassene Raumstation, die man dann nutzen kann. Oder man kann die Information verkaufen, dass man weiß, wo solche Stationen liegen. Also es geht hier überhaupt nicht darum, dass man jetzt Güter findet, die dann einlädt und die handelt. Es geht darum, dass wir die Daten handeln. Das heißt Datenakquise und diese Daten können dann entweder verkauft werden an die eigene Orga oder in der Orga getauscht werden oder an NPCs verkauft werden. Oder auf den Markt geschmissen, halt so gegen Kohle. So, das ist Sinn und Zweck der ganzen Übung und nicht halt irgendwelche Stirrümchen halt so im Raum treibend aufzuspüren. So, und dann kommen wir zur nächsten Frage, die mich ganz besonders gefreut hat, wo ich mir immer so denke, so, das wurde vorhin schon erklärt, warum machst du das eigentlich? Ein Explorer sollte zumindest ein paar Souvenirs mitnehmen können. Warum kann dann die Tarrapin das nicht? Weil sie keine Freelancer-Dur ist und weil man mit dem Scheißding nicht sammeln gehen soll, Herrgott nochmal, sondern man soll damit aufklären, weil es ein fucking Aufklärer ist. Es ist auch kein Kramladen oder es geht auch nicht darum, dass man jetzt irgendwo da Inventarkisten hinstellt und dann halt Zeug einsammelt. Und der, ich sag mal so, ganz einfach, die SCUs, die man quasi da hat an Dadekapazität. Die man in die Hohlräume in dem Schiff irgendwie rinstopfen kann, weil man halt für die Eierköppe zu Hause oder irgendwelchen Krempeln mitbringen möchte. Das, was man da reinbringt, halt so wie ein voller Datenspeicher, den kannst du in Gold aufwiegen lassen dagegen, weil du damit viel, viel mehr Geld verdienen kannst. Die Daten werden viel mehr wert sein als jegliche Fracht, die man transportieren kann. Und das ist nämlich die Idee. Man muss sich jetzt vorstellen, man hat vielleicht die Daten gesammelt über einen Planeten, der noch nicht entdeckt ist. Oder man hat die Location, den Ort gefunden, wo sich ein Piratenlord befindet. Oder man hat, wie ich vorhin gesagt habe, eine Raumstation entdeckt, die gerade nicht geclaimt ist. Alles, dass die Daten, die haben so einen Wert, da braucht man sich keine Sorgen machen, ob man jetzt den Wackeldackel noch eingemacht hat. Oder halt so einen abgerissenen, halt so irgendwie Size-3-Laser, der da irgendwo durch die Gegend schwebt. Und halt so Hurra, Hurra, kannst du auch mitnehmen, aber der kullert die ganze Zeit hin und her und haut dir bloß hinten dann vielleicht auch die Anzeigetafeln kaputt. Gut, also ich glaube, das haben wir jetzt halt irgendwie hinlänglich geklärt, aber einfach nur nochmal, damit der Letzte auch noch verstanden hat. Für alle Leute, ja, die ein Explorations-Schiff brauchen, um Dinge zu sammeln, dieses Schiff ist garantiert dafür nicht geeignet. Genau. Also wenn du halt Krempel einsammeln möchtest in Space halt so, ja, du kannst eine Therapie vielleicht dafür nutzen. Du wirst halt eben vielleicht auch halt so Hauptkomponenten rausreißen können, um den Hohlraum im Schiff zu vergrößern. So, wobei sich dann die Frage nach einem anderen Hohlraum stellt, der dabei halt offenbar vorhanden sein muss. Ich möchte jetzt nicht weitersprechen, wo, aber es ist das falsche Schiff für dich. Nimm dir irgendwas anderes, aber keine Terrapin. So, okay. Nächste Frage. Rant end, erst mal. Im Designpost ist die Rede davon, dass die Terrapin auch als Landungsboot oder Rettungstransporter verwendet werden kann. Wie soll denn das ohne entsprechende Sitzplätze funktionieren? Die Frage ist zum Beispiel gar nicht so doof. Tja, äh, tatsächlich ist es so, äh, wir haben jetzt hier nicht ein Modulsystem, wie man es jetzt von der Retaliator kennt, oder, äh, interne Hardpoints, wie bei der Cutlass, wo halt ein Tisch hingestellt werden kann. Das gibt es nicht. Aber es soll die Möglichkeit geben, dass man Klappsitze anbringen kann. Ganz einfache Jumpseats, wie man sie aus dem Flugzeug kennt. Ja, beziehungsweise aus der Cutlass zum Beispiel, die beiden Dinger direkt gerade zu rechts und links neben der Tür sind, halt solche Jumpseats, wo man sich halt einfach draufsetzen kann und dann halt, äh, da drauf gelockt hat, mitfliegen kann. Sowas wird es halt wahrscheinlich geben. Und es war auch tatsächlich so, dass das Militär einfach da improvisiert hat und sie haben es einfach eingebaut. Ja, genau. Und sie haben halt diesen Aufklärer bekommen und dachten sich so, boah, der ist ja geil, so reißen wir alles raus und stecken da einfach halt Truppen rein. Geht ja auch. Oder retten unsere Piloten damit. Genau, also insofern halt so pragmatisch sein und dann halt sich nicht drüber aufregen, dass es vielleicht nicht ganz so bequem ist. Ähm, eine Frage, die immer wieder gerne gestellt wird und die auch immer wieder auftaucht, wird es Varianten geben? Tja, wird es nicht geben, ist bisher, also zumindest ist es nicht geplant, aber es wird halt mit diesen Mehrzweck-Mounts oder Utility-Mounts Möglichkeiten geben, das Schiff zu verändern in der Ausstattung. Genau, also insofern können wir gespannt sein, was da jetzt halt noch um die Ecke kommt. So, nächste Frage, äh, kann die Therapien auch im Stealth-Modus, also nur im Listening-Modus scannen, wenn zum Beispiel nur eine Person an Bord ist und da der Pilotensitz halt nicht besetzt ist? Ja, siehe oben, haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Ja, natürlich, man kann halt eben so alles runterfahren, was man nicht braucht und nur horchen, um halt die Signatur so gering wie möglich zu halten und nicht aufgeklärt zu werden, aber selber aufklären zu können. Das war jetzt halt relativ einfach und schnell, kommt die nächste Frage und die fand ich eigentlich ganz geil, so, ähm, beziehungsweise die Antwort fand ich super. Wie kann denn die Therapien zwei Crewmitglieder beherbergen, wenn sie nur ein Bett hat? Tja, es ist kein Ausflugsdampfer, es ist kein Luxus-Liner, äh, es wurde auf Komfort jeglicher Art verzichtet und bei einem Wachposten oder einem Horchposten ist es halt auch durchaus sinnvoll, wenn nicht die ganze Crew mit schlafen beschäftigt ist. Genau, deswegen gibt es halt Wachschichten oder Wachwechsel. Einer pennt, einer sitzt dann halt eben an Relay und horcht. Wenn beide schlafen halt so, kann da halt die komplette Wandulflotte dran vorbeipreschen halt so und keiner merkt was. Das ist ein geiles Bild. Das macht's halt irgendwie. Super, Hightech, weiß, Intelligence und Zehen und alle pennen und die ganzen Kingships. War doch was? Man wird noch weggeschubst von so einem Kingship. Tatsächlich interessiert sich auch Anvil nicht wirklich für den Komfort im zivilen Bereich. Aber ich habe bei der Hornet noch überhaupt nicht gemerkt, ne? So, nächste Frage. Die Therapien soll ja Daten sammeln können. Drrr. Welche Art von Daten könnten das denn wohl sein? Asteroiden, Planeten, seltene Mineralien, andere Schiffe, Haustiere, wie Golffische zum Beispiel? Fernaufklärung. Haben wir auch schon mal gehabt. Alles, was die Scanner erfassen können, sind Daten, die aufgezeichnet und gesammelt und dann auch weitergegeben werden können. So, das ist halt so der Umfang, den das halt eben haben kann. Das Ding wird dazu benutzt werden können, halt mit diesem Nice-North-Feeing-Scanner halt so ziemlich alles zu erfassen, was diese Dinge halt erfassen können. So. Vielleicht keine Mineraltaschen. Weiß man nicht. Vielleicht auch schon. Wenn sie leistungsfähig genug sind, gehe ich mal davon aus, dass man Asteroiden auch durchleuchten kann, weil wie soll ich denn sonst verlassene Mining-Kolonien finden? Ja, stimmt. Warum auch nicht? So, aber jetzt halt noch eine ganz geile, die letzte Frage und die ist auch mit einem lustigen Funfact verbunden, der jetzt Weizen nicht so unbedingt halt prologgt hat lassen, aber ganz geil. Wird die Therapien so wendig sein wie die Gladiator? Nein! Die Gladiator kann immer noch ausweichen und dafür ist sie auch gebaut. Die Therapien hat Panzerung. So, so einfach, so schlicht, so schön war es halt. Das Geile ist der Funfact aber, dass Todd Peppy halt noch hinzugefügt hat, dass Anvil den UEE-Deal für die Horne und für die Gladiator tatsächlich erst bekommen hat, nachdem sie die Therapien fürs UEE designt hatten. Weil das Militär so beeindruckt war von der Widerstandskraft dieses, dieses Geräts, dass sie meinten so, ey, wollt ihr uns nicht einen Bomber und einen Fighter noch bauen, die halt auch so viel aushalten? So, und das bedeutet, die Therapien halt so irgendwie ist sowas wie so ein bisschen der Vorläufer, halt der Hornet und der Gladiator. Na, ich meine, es würde erklären, warum die Hornet aussieht wie ein Schuhkarton. Och, komm schon. Ich meine, gut, ich kann mir vorstellen, wie die Leute bei der Anschaffung davor standen, ja, die ganzen Generäle von der Therapien und dachten so, es ist schon wahnsinnig hässlich. Aber es hält auch wahnsinnig viel aus. Insofern, das war die QSR-Auswertung, hatten wir noch was? Ja, eine Anmerkung, die ich auch wieder sehr wichtig finde, weil ich sie auch immer unterstreiche in jedem Gespräch, was ich führe. Es ist einfach so, dass man nicht alle Schiffe mit den Eigenschaften von dem Jäger vergleichen kann. Es gibt dedizierte Kriegsschiffe, es gibt dedizierte Jäger und die Schiffe, die da nicht so ausgelegt sind, die kann man dementsprechend auch nicht, dann kann man nicht erwarten, dass sie diese Eigenschaften besitzen. Ja, das stimmt, weil ein Schiff, was für einen bestimmten Zweck gebaut worden ist, wird halt in diesem Bereich halt sehr gut sein, wird aber für ein Schiff, was für einen anderen Zweck gebaut worden ist, in diesem Bereich, für den das andere Schiff konzipiert wurde, immer den kürzeren ziehen. Das ist das Sinn von spezialisierten Schiffen. Und deswegen ist die Terrapin auch nicht in der Lage, im Dogfighting gegen Jäger zu bestehen. So, hens, genau, halt so kauft ihr das Schiff für den entsprechenden Zweck und fragt nicht danach, ob du damit meinen kannst. Oder Dogfighting. Oder Dogfighting oder noch einen Frachtraum dran und kann ich da halt noch irgendwie halt, weiß ich nicht, noch irgendwas abschleppen mit und isst, warum habe ich dann eigentlich keine Kaffeemaschine? Weil es halt so nicht im Portfolio statt. Personentransport wäre auf jeden Fall so ein Fall, der ultra wichtig ist für die Terrapin. Hör bitte auf, mich zu reizen. Wir wollen das Ding jetzt hier noch freundlich zu Ende bringen. Genau, und das war es jetzt nämlich von uns hier auf dem Crash Academy Channel mit dem Q&A für die Anvil Terrapin. Und ja, jetzt mal einfach wieder mal unsere beliebte Schlussformel. Liked uns halt so, wenn dir dieses Video gefallen hat. Abonnier uns, das freut uns wirklich sehr. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr sehen wollt, was ihr nicht sehen wollt, was ihr mochtet, was ihr nicht mochtet. Oder quatscht mit uns einfach bei Star Citizen. Oder stellt Fragen, die ihr gerne halt beantwortet hättet. Wir helfen euch gerne weiter und hier sind ganz, ganz viele tolle Leute unterwegs, die euch auch gerne helfen. Und wenn ihr uns persönlich unterstützen wollt, dann guckt einfach mal bei Patreon vorbei halt so. Da oben ist halt so ein kleiner Clicky-Bunky-Button. Wenn da was dabei ist, freuen wir uns sehr über eine persönliche Spende für uns. Und ja, dementsprechend sagen, Weasen und Dozer euch wie immer bis zum nächsten Mal und See you on the Flight Deck! Das war ja mein Text, ne? Wow, wartet viel, ey.